Wenn Worte überflüssig werden, weil der Augenblick bis an den Rang mit Sinn gefüllt ist, beginnt das Leben unwiderstehlich von sich zu erzählen. Und führt uns mitten hinein in faszinierende Geschichten, wenn wir nur lauschen. Worte überflüssig werden, wenn wir nicht in den Rang mit Müll pushen. Die Frang mit den Rang mit dem Rang mit dem Rang mit dem Rang mit der Rang mit Rang mit Rang. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Unsere Träume, unsere Sehnsüchte und bunten Hoffnungen wollen ernst und wichtig genommen werden Wer sie verdrängt, unterdrückt das Beste in sich und wird ein leerer Mensch